Hallo und Servus, ich stehe hier vor der Karlskirche, mitten in Wien. Die Karlskirche ist eine der schönsten Kirchen in Wiens, seit kurzem auch der Ehre frei zugänglich. Ich möchte mir das jetzt anschauen, wie gut das mit dem Rollstuhl funktioniert und nehme euch dabei mit. Die Karlskirche ist eine der größten Kirchen in Wien. Die Karlskirche ist eine der größten Kirchen in Wien. Die Karlskirche ist eine der größten Kirchen. Die Karlskirche ist eine der größten Kirchen in Wien. Die Karlskirche ist eine der größten Kirchen in Wien. Die Karlskirche ist eine der größten Kirchen in Wien. Die Karlskirche ist eine der größten Kirchen in Wien. Die Karlskirche ist eine der größten Kirchen in Wien. Die Karlskirche ist eine der größten Kirchen in Wien. Die Karlskirche ist eine der größten Kirchen in Wien. Die Karlskirche ist eine der größten Kirchen in Wien. Es ist ja auch möglich mit dem Rollstuhl mit einem Auszug nach oben zu fahren, um sich die Fresken aus der Nähe anzusehen. Oben gibt es dann zwei Zwischenproteste, allerdings kommt man nur auf das erste mit dem Rollstuhl. Von dort gibt es dann eine kleinere Aussichtsterrasse, die zum Großteil schwarz abgeklebt ist wegen der Höhe, damit die Leute nicht Angst haben. Aber ganz vorne ist es dann auch in Rollstuhlhöhe durchsichtig und man kann sehr gut hinunterschauen, die Fresken ansehen, oben auch auf der Decke. Hinaus geht es dann leider nur noch Stufen. Wenn ihr in Wien seid und euch für Architektur oder Kirchen interessiert, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, die Karlskirche auch anzusehen. Sie ist wirklich wunderschön innen. Bis zum nächsten Mal, euer Markus. Ich habe vorher vergessen zu erwähnen, wie viel es überhaupt kostet, in die Karlskirche zu gehen. Für mich war es heute gratis mit meiner Begleitperson. Ich weiß nicht, ob das immer so ist für behinderte Menschen oder nicht. Ihr müsst euch dann einfach erkundigen. Ich weiß nicht, ob das immer so ist, wie viel es ist, wie viel es ist, wie viel es ist.